Hey und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Crafted Tech 6. Heute Abend gibt es wieder einen Livestream auf Twitch. Falls ihr Zeiten Lust habt, schaut vorbei. Ab 19 Uhr geht es los. Und heute schauen wir mal. Ich habe noch ein Segelboot zu bauen. Unten für den Hafen. Vielleicht kriegen wir das jetzt noch mit durch. Wäre cool. Jo, legen wir los und gehen wir runter. Und falls übrigens Neues an mich noch nicht kennt. Ich bin Smaki. Ich mache Videos rund um Minecraft. Tutorials, Geilsnaps, Updates und alles mögliche, was ihr wissen solltet. Es würde mich freuen, wenn ihr nicht vergesst, den Kanal zu abonnieren, sodass alles weitere bei euch in der Abo-Box landet. Das wäre super praktisch. Vielen, vielen Dank dafür und super hilfreich auch. Und jetzt legen wir los mit dem Video. So, ich bin hier mal eine Welt von mir reingestöbert. In meine alte Tutorial-Welt. Oder meine erste Minecraft-Welt, die ich jemals erstellt habe. Das ist diese hier. Und da hatte ich auch noch, ich glaube schon aus einem anderen Projekt, mal ein bisschen was vorgebaut. Hier ein Schiff, ein Boot, ein Segelboot. Und das wäre doch perfekt geeignet für den Hafen, oder? Doch, das könnten wir da ebenfalls jetzt noch einsetzen. Da würde ich mal sagen, lege ich mal los und ich nehme das hier so ein bisschen vielleicht als Vorlage. So, und hier im Game müssen wir es allerdings ein bisschen anders machen, weil ich kann dafür kein Quarz nehmen. Dafür habe ich nicht so viel Quarz. Es ist zu teuer, ich werde Concrete nehmen. Und Quarz, die Slaps halt bleiben trotzdem aus Quarz, würde ich sagen. Und dazu kann ich hier einfach mal ein bisschen was mitnehmen. Und Quarz, Schlaps müsste ich vorhin vielleicht irgendwo rumliegen haben. Aber was ich auch mal machen kann, ist hier oben jetzt die Ding wieder zu machen, wenn ich gerade mal Konkret in der Hand habe, schon weil ich dann hier nämlich was gesammelt hatte. Okay. Ja, dann irgendwo Quarzslaps müsste ich vorhin rumliegen haben. Ansonsten muss ich auch noch mal ein neues craften. Ich weiß auch nicht, die Sache mit dem Quarz irgendwie habe ich da so ein Problem mit. Da ist hier unter anderem auch was dabei, was ich abfahren könnte. Mit einer Glücksschwitzhacke. Ich gucke mal ein bisschen durch und ansonsten fahre ich mir noch ein bisschen Quarzblöcke zusammen. Also ich habe tatsächlich noch ein paar Sachen mit eingesammelt. Auch Quarzblöcke unter anderem und vielleicht reicht das ja schon. Ich würde mal sagen, ich lege dann mal so langsam los. Und diese Yacht, die sollte hier irgendwie rein. Die Frage ist, schaffe ich zwei nebeneinander oder nicht? Moment, muss ich abmessen. Okay, also das Ding ist sieben Blöcke breit. Und ich würde sagen, eventuell eins zu fünf, sechs, sieben. So bis hierhin geht das Ding dann. Und da würde theoretisch auch noch was Kleines weiteres daneben passen. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich würde einen Block Abstand zur Seite hier lassen und die nicht direkt dran dotzen. Ja, gucken wir mal. Also. Wenn hier es anfängt und die Mitte eins, zwei, drei, vier. Also hier in der Art sollte... Das ist schon wieder ein Drowned. Was ist denn los? Hier tauchen die Drowns immer auf oder was? So. Kann man nicht mal richtig schwimmen. Ach, es war ein Lachs. Ich dachte schon, wir schwimmen hier rum. Boah, den Lachs könnte ich eigentlich mal... Wie kommt eigentlich ein Lachs direkt von meiner Bude? Ich dachte, die gibt es nur eher einen kalten Biom. Ich schmeiß den mal oben in mein Kaltwasser-Aquarium rein. Egal. Aber... Legen wir mal los. Und zwar unter Wasser. Mit einem Abstand von... Ne, da nicht. Mit einem Abstand von vier Blöcken. Von dem... Weg mit der Schildkröte. So. Mit einem Abstand von vier Blöcken von dem Ding. Eins, zwei, drei, vier. Hier kommt jetzt der erste Concrete-Block. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. So. Da... So tief ist das Schiff dann jetzt im Wasser. Ich brauche entsprechend Abstand nach hinten, damit das nicht hiermit kollidiert, sondern halt ein Block davor im Wasser stehen bleibt. Und dann... Ja, ist das unsere Grundlage, auf der wir jetzt arbeiten werden. Das Boot ist so tief drin. Ich werde dann hier natürlich das Wasser alles rausholen müssen und so weiter und so fort. Aber dann... Boah, ich denke mal, das wird recht gut aussehen hier im Hafen. Ja, jetzt dann mit dem Schiff da oben nach. Und da gucken wir mal. Im nächsten Schritt darf ich einmal auch schon hier rangehen. Und... Okay, hierbei konkret. Einmal außenrum bauen. Was war das denn jetzt? Einmal außenrum bauen. Und einen kleinen Rahmen. Dann hier nochmal außenrum. Und auch hier darf einmal komplett rundherum. Check. Check. Und da, wo es nach vorne geht, also hier, dürfen wir gerne nochmal einen weiteren dran setzen. Okay. Und dann kommt die nächste Schicht drauf. Und die nächste Schicht ist wieder um eins versetzt. Also so. Allerdings nicht komplett. Die Ecken sind dann lose. Zeige ich gleich. Also, was heißt los? Die Ecken mache ich so. Ohne dass hier eine Füllung drin ist. Dann wieder nach da. Und da einmal. Ich lasse auch alles erstmal... Die Hilfsflögen mache ich weg. Einfach nur. Wenn ich jetzt nicht durcheinander komme. Noch ein Stück. Dann da einmal. Da einmal. Und jetzt hier das Besondere. Komm 1, 2 nach vorne. Check. Dann eigentlich hier drin kann ausgefüllt werden. Komplett mit Steinen oder ausgetrocknet. Kommt später. Und wir haben die Wanne erstmal fertig. Dann am nächsten Schritt hier oben auch wieder dasselbe. Einmal außen entlang. Dann haben wir jetzt die Schiffsgröße mehr oder weniger erreicht. Ups. So. Und dann... Da einmal. Und hier einmal. Jetzt habe ich genau einen Block Abstand noch zum Ding. Zum Pier. So war es auch geplant. Das war aber doch richtig. Und dann gehen wir einmal entlang. Genauso wie ein... Oder ein Block Abstand. So hier. Damit können wir aber dann fangen. So. Dann hier wo es zusammen läuft. Ähm... Zwei nach vorne. Ja. Drei nach vorne eigentlich. Eins. Zwei nach vorne. Da kann einer noch dran. So ein... Nein. Eins. Zwei. Drei. So. Irgendwie was. Jo. Nächste Schicht fertig. Hier ist doch noch ein Lachs. Her damit. Für mein Aquarium. Zack. Ja. War die ganze Zeit immer unterwegs. Und... Kann ich mal welche mitnehmen. Ich brauche Quarz-Stairs. Weil... Quarz-Stairs kommen ebenfalls vorne dran. Würde ich mal sagen. Ja. So ein paar nicht auf einmal mit. Reicht jetzt aber auch schon. 17 Stück. Und... Sieht schon aus wie so eine Nussschale hier. Ist ganz okay. Und hier machen wir jetzt... Den. 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 Und den. Auf der anderen Seite genauso. So in der Art. Yep. Und dann haben wir die untere Form fertig. Eigentlich. Naja. Also ganz vorne muss auch noch einer natürlich. Und dann... Gehe ich nochmal raus. Und von oben... Kommen die nächste Schichtblöcke drauf. So. Dann mache ich einfach mal... Hier hoch. Komplett außenrum. Auch hier drauf ein. Und hier eine Slap hin. Hier drauf ein. Hier eine Slap hin. Hier drauf ein. Und da eine Slap hin. Wenn ich das richtig noch habe. Genauso. Hier drauf ein. Da eine Slap. Hier drauf ein. Da eine Slap. Und der kann weg. Und da eine Slap. Und hier wieder Blöcke. Und hinten ebenfalls. Ein bisschen in der Art. Hier kann eigentlich auch eine Slap dran. Mal gucken. So. Ich habe es dann hier hinten so ein bisschen... Verengt. Noch ein bisschen kleiner gemacht. Okay. Dann hätten wir... Die nächste Reihe fertig. Und jetzt habe ich wieder ganz viele Schlaps besorgen. Und eigentlich sollte ich mal den Crafting Table, der da hinten steht... Mal mitnehmen nach hier vorne. Längst überfällig. So. Mitgenommen. Und den schiebe ich mal... Einfach mal hier so hier drauf oder so. Ich brauche mehr Slaps einfach. Das Schiff braucht... Schlaps. So. Nämlich... Einerseits... Hier hinten kommen Blöcke hin. Und andererseits... Die Slaps kommen auch hier oben drauf. Nämlich... Hier und hier. Hier kommt so ein kleines Gate rein. Dass man reinklettern kann. Ähm... Da. 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 Und jetzt geht es halt hier nach vorne erstmal. Auf beiden Seiten auch. Also denken wir, es wird nicht allzu lange dauern. Hier ist generell zu bauen. Ähm... Drei. Dann wieder ein Platz. Hier kommt wieder eine Leiter dran, dass man hochklettern kann. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben in etwa. Bis hier hin. Jetzt kommt wieder ein kompletter Block dran. Block. Und hier vorne wird dann theoretisch Glas hinkommen. Zwei Scheiben Glas. Block. Und dann... Kann ich nochmal so zubauen. Das Glas füge ich dann später ein. Mhm. Das ist dann die Vorderseite. Symmetrisch am besten. Also auch wieder hier. Block. 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 Slap. 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 Und hier weitere Slaps nach hinten. Drei. Vier. Fünf. Och mein ich muss mich auch um die Stairs dann kümmern. Dann... Ah. Die Sachen mit dem Quarz machen. Drei. Eins leer. Und dann... Gut. Joa. Dann hält man den Teil auch schon mal fertig. Ja. Bevor ich weitermache. Ich komme hier auf keinen Fall hin. Glücksspitzsacke. Nether Quarz. Erz. Und dann bauen wir das mal zusammen. Weil sonst... Ganz vergessen einfach. Baue ich einfach kurz nach oben. Und dann sammle ich mal das Quarz. Mal gucken wie viel dabei rauskommt. So. Ich habe dann hier an der Seite so ein bisschen weiter gemacht. So ein bisschen nach außen. Auch mit Slaps und so. Ist etwas aufwendig tatsächlich. Und hier können wir das Ganze symmetrisch machen. Also auf der anderen Seite ebenfalls. So. Und dann nochmal eins. Zwei. Drei. Und dann nochmal hier und hier. Genau. Und jetzt brauche ich... Ich brauche schon wieder mehr. 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 Schlepps. Viel. Mehr. Schlepps mal wieder. Weil ich habe nicht mehr so viel übrig. Ich mache nochmal zwölf. Für den Anfang. Stück für Stück. So. Dann kann ich. Ähm. Hier einmal rüber gehen. Genau. So. Und dann haben wir doch schon das windschnittige Bowers. Gut. Fertig. Mehr oder weniger. Ähm. Da komme ich denn hier am besten hoch. Gar nicht mal wieder. So. Und oben drauf. Ähm. Natürlich Dach. Und das Dach. Nach hinten. Wie weit machen wir das hier? zunächst mal die Wände. Und da würde ich sagen... So. Hier kommt dann halt Boden rein. Aber hier kannst du einmal reinlaufen dann von oben. der Boden wird aus Holz sein. So. Jachtenholz. In Anführungszeichen. Ähm. Dann da mal. Da mal. Da mal. Da mal. Da mal. Und hier sollte dann der Mast rüber kommen. Direkt über die Tür. Da muss ich gegebenenfalls Eisenblöcke nehmen. Sehen wir dann. Ähm. Ja. Den. Schon wieder. Ich hoffe eigentlich, ich habe es bald geschafft. Eins. Zwo. Drei. Hier hin. Dann da nochmal eine Schlepp. Ähm. Hier werde ich ganz provisorisch mal einen Block setzen. Ähm. Und... Nee, geht nicht ganz. Muss so bleiben. Und hier oben nochmal ein Dings drauf. Kommt dann das Radar sozusagen hin. Und nach hinten kann hier eine Schlepp. Und hier halt der Mast, der nach oben geht. Aber ansonsten habe ich es hoffentlich einigermaßen geschafft. Jetzt brauche ich Holz. Und zwar idealerweise Birkenholz. Also das helle Holz. Mit dem wir da erstmal so eine Etage reinziehen können. Und dann muss ich mal kurz gucken, ob ich das noch irgendwo rumliegen habe. Und ja. Ich habe tatsächlich noch Birkenholz. Muss ich mal gucken. Ich schätze mal, wie ich brauche... Ja, mehr werde ich nicht brauchen. 48 Stück denke ich. Reichen. Äh. Testen wir mal. Übrigens Spitzsacke gerne wieder zurück. Und dann vergehen wir da runter und setzen einmal das Holz hin. Dann okay. Und es ist schon wieder Nacht. Eigentlich hätte ich auch mal schlafen gehen sollen. Aber... Ja. Wie es halt so ist. So. Hier mache ich mal... Glöcke rein. Die gehen dann einmal in der Reihe außen rum. Nope. So nicht. Da dann. So in der Art. Dann geht es einmal noch nach drinnen. Dann nochmal nach hier. Dann da einmal. Und da einmal. Okay. So zum Thema des Holzteils. Und dann sind hier solche... Also erstmal das Segel, was hier dann reinkommt. Und... Boah. Soll ich echt Eisenblöcke für den Masten und alles nach oben nehmen? Das wird ziemlich teuer. Außerdem brauche ich Konkret. Und zwar... Grauen Konkret. Eventuell habe ich da auch noch was übrig. Denn ich hatte ja hier oben... Apropos. Vielleicht habe ich das sogar... Ich hatte ja hier oben... Ich hatte ja hier oben den Weg gesetzt. Und eventuell kann ich... Habe ich da noch kaum Konkret übrig. Drei Stück natürlich. Ganze drei Stück habe ich übrig. Ah... Ja. Inkseggs. Bonemeal. Sand. Und... Gravel. So ein paar davon wären noch ganz cool. Ist ja Gravel drin. Da sind 16 Gravel. Vielleicht reicht's. Inkseggs. Kann schon. So. Dann einmal hochfliegen. Zum Lager. Muss öfters Raketen nehmen und so. Ich weiß, die sind auch angenehm. Und... Weiter und so fort. Aber... Ich habe hundertprozentig noch irgendwo Tintenfisch... Säcke drin. Inkseggs. Hier gerade nicht. Da sind welche drin. Also ich hatte... Von der Weite mal gut gefarmt. Ja, das reicht schon. Das reicht schon wieder bei weitem. Und... Nein, nicht black. Sondern... Grey. Ja, das reicht locker. Schon wieder viel zu viel. Eigentlich sogar. Und den mache ich mal kurz zu festem Concrete. Und dann verbaue ich den. Ebenso sollte ich mal gucken wegen... Traptors. Na, ich habe noch ein paar weitere Materialien mitgenommen. Und der hinten fliegt. Ah, außer lang. So. Und zwar folgendes. Zunächst mal darf ich eben mal... Einmal hier die Dinger durchholzen. Müsste eigentlich schon reichen jetzt auch. So. Und eigentlich sollte hier auch dann trocken gelegt werden. Das ist nicht normal, dass hier unten Wasser drin ist. Aber für den Anfang... Belassen wir es mal dabei. Und ich würde sagen... Ich mache mal ganz kurz hier eine Hilfsblock-Reihe hin. Ich kann ihn nicht da liegen lassen. Es tut mir leid. Ich muss noch mal rein. Ich kann ihn nicht da liegen lassen. Da lag nochmal ein Konkret in der Ecke. Da liegt auch noch eins. Das ist hier rumgefluppt. Vielleicht kann ich mich jetzt hier hinten hochstacken. So, dann... Nein! Ich habe schon wieder den falschen gesetzt. Oh man. So, jetzt aber. Also. Da einen Block. Nein, Quatsch. Da einen. Hier einen. Ja. Da einen. Da einen. Jetzt einfach abwechselnd immer. War das so richtig? 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe das Gefühl, ich habe das Schiff länger als es in meiner Testversion war. Kann das sein? 1, 2, 3, 4, 5. Ne, war richtig. So. War schon so richtig. Ich habe mich gewundert. Den machen wir da hin. Und dann brauche ich unter anderem Drapdoors. Beziehungsweise jetzt noch nicht ganz. Hier kommt erstmal Glas hin. Ja, hier kommt eine Reihe an Glas hin. Da, wo die Steine gerade sind. Kann ich mal wegmachen. Kann man nach unten gucken. Dann kommt da eine Schicht Slaps drauf auf jeden Stein. Auf jeden Konkret meine ich. Und ich denke mal das Segel müssen wir uns für die nächste Folge aufheben. Weil das dauert jetzt noch ein bisschen lange. Hier kann ich Trapdoors reinmachen. Und die ganzen Details wie Treppen und sowas oder Leitern, die kommen ebenfalls in die nächste Folge rein. So und final nochmal. Slaps. 1, 2. Ich werde noch mehr brauchen. Fällt mir gerade mal so auf. Kann ich hier noch eine Reihe Slaps drauf machen. Okay, so viel jedenfalls fürs Erste. Und man kann schon mal das Schiff erkennen. Der Mast fehlt noch. Leute, Eisenblöcke fehlen noch. Hier vorne fehlt auch noch Glas drin. Ja, muss ich dann mal in der nächsten Folge weiterbauen, denke ich. Aber wir haben ein bisschen was geschafft. Ich hoffe mal, das ist ganz cool. Und das Schiff wird am Ende auch gut aussehen. Sieht aus wie so ein kleines Speedboot oder so. Ja, die Sache mit dem Konkret und Quarz ist suboptimal. Aber ich habe leider nicht so viel Quarz parat. Okay, dann vielleicht wirst du schon an der Stelle. Denk dann an den Livestream und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, lass gachen und tschüss. Okay. 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 Tschüss.